Heute in Berge im Porträt. Ein Berg, der als das große Aushängeschild eines kompletten Gebirges weltweit bekannt, aber dessen Geschichte eigentlich relativ unbekannt ist. Ein Berg, der nicht für seine Höhe, aber für seine extreme Schwierigkeit bekannt wurde. Ein Berg namens Fitz Roy. Der Fitz Roy. Mit 3406 Metern ist der Fitz Roy in den Anden nicht ansatzweise als hoher Berg einzustufen. Doch das muss er auch gar nicht sein. Er liegt zwischen Argentinien und Chile in der Region Patagonien, das letztlich einen Teil der Anden darstellt. Patagonien selbst ist berühmt und berüchtigt. In den Tälern in Patagonien für eine wunderschöne Landschaft, spannende Eisformationen und interessante Wanderwege. Auf den Bergen ist Patagonien aber für mächtige Felstürme mit Eis ummantelt berühmt. Berüchtigt ist Patagonien als Ganzes vor allem aufgrund eines immer gleichbleibenden Faktors. Nämlich, dass dort nie irgendetwas gleichbleibend ist und auch nie sein wird. Patagonien ist die wechselhafteste Region der Erde und das über die meiste Zeit des Jahres. Während in Nepal, Indien und Co. der Monsun immer zu einer ähnlichen Zeit die Natur vereinnahmt, ist man in Patagonien vor einem drastischen Wetterumschwung nie gefeit. Es kann einem jederzeit immer alles passieren. Und ein spannendes Problem bringt Patagonien hier sowieso mit. Umso schöner das Wetter, umso schlimmer das Wetter. Im Sommer der südlichen Hemisphäre von Dezember bis März sind Temperaturen in Patagonien nämlich relativ gut für das Bergsteigen geeignet. Doch genau in dieser Zeit nimmt auch der Sturm zu. Eine Art Sturm, die in Europa jedes Jahr zu einem Ausnahmezustand führen würde, dort aber ganz normal ist. Im Januar beispielsweise liegt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit bei rund 20 Metern pro Sekunde, was etwa 72 kmh entspricht. Auf den Bergspitzen können diese Winde locker auch 100 kmh übersteigen. An konzentriertes und entspanntes Bergsteigen ist hier nicht zu denken. Richtig warm wird es in Patagonien übrigens auch nie. 14 bis 18 Grad hat es in Patagonien im Tal an den Wetterstationen im Sommer. Durch die fehlende Landmasse, den Wind und die Anden, die manchmal alles nochmal durcheinander bringen, ändert sich in Patagonien auch stündlich das Wetter. Und nur die wenigsten Tage lassen sich zu 100% eindeutig prognostizieren. Bergsteiger und Kletterer müssen dadurch die meiste Zeit, selbst bei wolkenlosem Himmel, auf der Hut sein und vorbereitet in die Berge ziehen. Womit wir bei den Bergen und dem Fitz Roy ankommen. Man sieht, die Höhe der Berge in Patagonien ist selten der limitierende Faktor. Beim Fitz Roy allerdings spielt nicht nur das Wetter eine Rolle, sondern auch das, was daraus resultiert. Schaut man sich die beiden Normalwege auf den Fitz Roy an, dann wird klar, mit 6A+, also 7- reine Kletterschwierigkeit als leichteste Variante, ist bereits ein sehr guter Kletterer gefragt. Doch der Witz am Fitz und all den anderen umliegenden Gipfel ist, dass Fels hier nicht allein kommt. Auch das Klettern mit Steigeisen in Firn und Eisflanken, die in den Normalwegen 40 bzw. 55 Grad erreichen, ist erforderlich. Die Absicherung am Fitz Roy hält sich wie überall in Patagonien sehr zurück. Selbst ist der Kletterer, ist hier das Motto, weshalb man selbst für die meisten Stände und Haken verantwortlich ist. Doch wem der Fitz Roy mit 650 Klettermetern, 6A+, und 55 Grad Eis noch nicht hart genug ist, kein Problem. Der Fitz Roy hat mehrere Dutzend Anstiege inne, die meisten davon oftmals nicht mal wiederholt. Viele Routen fordern nicht nur einen starken Kletterer und einen mittelguten Eiskletterer, manche erfordern auch einen starken Felskletterer und einen extrem starken Mixt- und Eiskletterer. Der Fitz Roy kann über Routen wie die Super Canaletta die ultimative Prüfung für den Allround-Alpinisten darstellen und ist dabei mental zu den größten Brocken zu zählen, die man in diesem Stil finden kann. Und das immer mit der Angst um einen Wetterumschwung im Nacken. Denn bei all den schwierigen Anstiegen darf man nie vergessen, dass aus einer trockenen 6A+, die kein großes Problem darstellt, bei einem Eisregen plötzlich kein Meter vorwärts und rückwärts mehr möglich sein könnte. Umso erstaunlicher ist es, dass der Fitz Roy bereits früh in der Geschichte entdeckt und auch erfolgreich erstbestiegen werden konnte. Erstmals musste der Fitz Roy aber überhaupt gefunden werden. So komisch es klingt, offensichtlich ist er im großen Südamerika mit den Anden nämlich nicht. Antonio de Widema, ein Spanier, erreichte als erster Europäer die Region um den Fitz Roy und El Chalten. Bereits 1783 war das. Knapp 100 Jahre später, 1877, entdeckte auch der argentinische Entdecker Francisco Moreno den Berg und benannte ihn dabei mehr oder weniger Offizier. Er entschied sich für den Namen Fitz Roy, um den Kapitän des britischen Vermessungsschiffes HMS Beagle Robert Fitz Roy zu ehren. Doch von einer Besteigung war man zu dieser frühen Stunde noch definitiv ein Stück entfernt. Der Berg wurde bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als unbezwingbar, unbesteigbar und zu schwer eingestuft. Selbst Aufzeichnungen über offizielle Versuche gab es keine. Doch 1951 kam eine Truppe Männer, die die Erfahrung und Härte mitbrachte, es eventuell schaffen zu können. Der Expeditionsleiter Lionel Theret war ein guter Freund und vor allem Expeditionspartner von Luis Lachenal, den man unter anderem von der Annapurna Besteigung kennt. Auch hier war Theret dabei sowie ebenfalls bereits auf dem Eiger, der Grand Jauras und vielen Klassikern. Er hat zusammen mit Jacques Poincenot und Guido Magnone und vielen anderen eine Reise angetreten, um den Fitz Roy erstmals zu besteigen. Als einfach sollte sich allein die Anreise schon nicht darstellen. Bei einer Flussquerung wurde der Bergsteiger Poincenot vom Fluss mitgerissen und ertrank. Oftmals versuchten sie sich dann, über verschiedene Anstiege die ersten Meter auf den Fitz Roy zu schaffen, doch die leichteste Route mit der besten Übersicht schien letztlich enorm schwer zu finden. Erst ein Jahr später haben es Theret und Magnone geschafft, den Gipfel zu erreichen. Geschafft haben sie es letztlich über einen der heutigen Normalwege, den französisch-argentinischen Gradanstieg. Damit war bewiesen, dass der Fitz Roy nicht unbezwingbar ist und vor allem war damit eine Begeisterung für Patagonien eingeläutert. Zunächst nur für die elitären Bergsteiger, die lange für ihre Abenteuer nach Patagonien gespart hatten und damit eine Art Trend eingeführt haben, der bis heute anhält. Denn Bergsteigen in Patagonien ist heute nicht, wie man das aus dem Himalaya oder den Alpen kennt. Nach Patagonien reist man, um zu bleiben und das über lange Zeit. Das ist zum einen den schwierigen Witterungsbedingungen geschuldet, zum anderen aber auch der Tradition und dass der Anreise so mühselig und teuer ist, dass man versucht, in einer langen Reise so viel zu erleben und zu erklettern, wie es eben nur geht. So ist El Chalten, das Dorf am Fuße des Fitz Roy's, zu einem Bergsteiger-Eldorado geworden, in dem jeder die gleichen Ideen hat und jeder die gleichen Motivationen. Der Fitz Roy und seine Anziehungskraft riss über die Jahre nach der Erstbesteigung einfach nicht ab. 1965, also einige Jahre nach der Erstbesteigung, schafften es Bergsteiger die berühmte Super Canaletta mit 1600 Klettermeter 90 Grad im Eis der Bewertung TD Plus erstmals zu durchsteigen. 1986 schaffte es Thomas Bubendorfer als erster Mensch eine Free-Solo-Begehung auf den Fitz Roy. Der berühmte Bergsteiger und Basejumper Dean Potter schaffte 2002 eine erste Free-Solo-Begehung der Super Canaletta. Tommy Caldwell und Alex Honnold schafften 2014 die große 4000 Klettermeter lange Fitz Roy Traverse, bei der ebenfalls all die etwas kleineren Nachbargipfel des Fitz Roys einzeln beklettert werden müssen. Eine der größten Leistungen in der Geschichte des patagonischen Alpinismus. Bis zum heutigen Tage halten die neuen Routen neuen Varianten, neuen Ideen und neuen Versuche am Fitz Roy an. Die Faszination Fitz Roy steht für extremen Alpinismus, für Abenteuer und für ein großes Commitment gegenüber dem Sport. In diesem Sinne ist der Fitz Roy zu Recht eines der Symbole im Alpinismus. Wenn einer eine Reise tut, dann sollte sie als Alpinist jedenfalls irgendwann mal auch nach Patagonien führen. In diesem Sinne freut es mich, wenn ihr das Projekt Alpen Academy unterstützt. Es muss nicht gleich Patagonien sein. Ein Kaffee genügt in der Regel. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghai.